Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr die ersten Pferden legen könnt, sodass der Hund sie gut suchen kann und wie ein ideales Suchverhalten eures Hundes aussehen könnte. Ich bin Ute Falscher und falls ihr mehr zu meiner Person wissen wollt, dann ist hier die Webadresse. Bei den Videos erscheint immer mal wieder rechts oben so ein kleines Bild. Das ist mein Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Dort findet ihr sehr, sehr viele ergänzende Informationen. Lässt da manche Dinge durch. Hier geht es in diesem Video nur um die Praxis. Und eine ganz, ganz wichtige Vorbemerkung. Wenn ihr eine Pferde legt, bitte, bitte, bitte fragt den Landwirt um Erlaubnis und auch den Jagdpächter. Soviel zum Anfang. Ihr habt sicher inzwischen mit eurem Hund verschiedene Suchfelder gelegt und euer Hund sucht intensiv und lässt sich nicht mehr ablenken. Und wie geht es nun weiter? Eigentlich ganz einfach. Ihr sucht ein leichtes Gelände raus, am besten einen Acker, in dem ihr jeden Tritt seht. Fragt den Landwirt um Erlaubnis, legt die Pferde, wartet eine Weile und sucht dann mit eurem Hund die Pferde. Das wäre es eigentlich, aber wenn ihr eine Prüfung laufen wollt, dann kommt es darauf an, auch wie der Hund die Pferde sucht. Er soll die Pferde intensiv suchen, das heißt mit der Nase jeden Tritt absuchen, ein gleichmäßiges Suchtempo haben und den Kopf nicht heben. Natürlich soll er motiviert sein und selbstständig arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich folgendes Motto. Ich lege die Trainingspferde immer so, dass der Hund sie voraussichtlich ohne große Probleme bewältigen kann. Also für einen Hund am Anfang der Ausbildung eine leichte Pferde in einem leichten Gelände, immer mit vorwiegend Rückenwind. Denn bei Gegenwind riecht er das ganze Futter und sturmt vorwärts. Bei Seitenwind verlagert sich der Geruch weg von der Pferde. Also bitte Rückenwind, die Pferde leicht treten, was das genau heißt, kommt gleich. Und natürlich vor allem braucht ihr einen motivierten Hund und das bekommt ihr ganz leicht durch das geeignete Futter, wie ihr schon im Suchfeld herausgefunden habt. Über die Ausrüstung sage ich hier nichts, lässt es bitte in meinem Buch nach, ebenso was ein leichtes und ein schwierigeres Gelände ist. Wir treten also zu Anfang ein Mini-Suchfeld, das wir vorne links mit einem Ansatzstab kennzeichnen. Aus dem wir dann heraustreten Schritt hinter Schritt, also direkt hintereinander, nicht nebeneinander und jeden Schritt an dem anderen direkt dran. In jedem Schritt legen wir ein Leckerli und legen so unsere erste Pferde vielleicht so 20, 30, 40 Meter. Sie sollte nicht kerzengerade sein, sondern auch mit ganz, ganz leichten Bögen, damit der Hund sich gar nicht erst daran gewöhnt, dass es immer gerade ausgeht. Am Schluss legen wir einen besonders großen Futterhaufen als Belohnung. Dann warten wir ungefähr eine halbe Stunde, dass sich der Pferdengeruch entwickeln kann. Zwischendurch ein kleiner Tipp für Knie- und Rückengeschädigte. Nehmt einfach ein hohles Rohr. Da könnt ihr die Leckerli gezielt dann auf die Pferde fallen lassen und es beansprucht die Knie und den Rücken nicht so stark. Wir bereiten den Hund vor, machen unser Anfangsritual und dann geht es zum Mini-Suchfeld. Sobald der Hund die Leckerli riecht, senkt er automatisch den Kopf und wir sagen Such. Dann würde der Pferde folgen und die Leckerli eins nach dem anderen aufnehmen und dem gesamten Verlauf der Pferde folgen. Wir folgen dem Hund ungefähr in zwei Meter Abstand. Die Leine ist ganz leicht gespannt. Im Idealfall müssen wir den Hund nicht daran hindern, schneller zu werden. Und wenn der Hund den Futterhaufen am Schluss frisst, dann lobt ihr ihn und nehmt ihn mit von der Pferde. So, das wäre der Idealfall. Ich zeige euch jetzt im folgenden Hunde die unterschiedlichste Verhaltensweisen zeigen und was man dann tun kann, damit sie sich ein optimales Suchverhalten angewöhnen können. Dieser Hund beginnt am Ansatz gut, nimmt das Leckerli auf, aber dann überläuft er den Nächsten. Fängt an zu stürmen, wird dann unsicher, lässt, dann ist ihm das Gelände drumherum wesentlich wichtiger, fängt an in der Gegend drumherum zu schnüffeln, dann wird er wieder auf die Pferde geführt. Die einzelnen Leckerli werden ihm gezeigt, aber er nimmt sie trotzdem nicht auf. Auch durch wiederholtes Zeigen nimmt er sie nicht auf. Hier heißt es, neue Leckerli suchen, die der Hund wirklich begierig fressen will. Bei dieser Malino-Hündin sollte ich Tipps zur Verbesserung des Suchverhaltens geben. Dazu wollte ich jetzt mal sehen, wie der Hund sucht und wie die Pferde von der Hundeführerin gelegt wird. Die Spur der Pferde erschien mir etwas breit, sodass ich den Verdacht hatte, dass die Hundeführerin schon mit einem leichten Rechts-Links-Versatz der Schritte die Pferde gelegt hatte. Dann suchte der Hund die Pferde und wir beobachteten genau den Hund. Es fiel auf, dass der Hund sehr unsicher war. Das sah man an der Rute. Sehr oberflächlich suchte, immer wieder die Nase hob. Nicht alle Leckerli aufnahm. Es war Käse in der Wiese. Zur Erklärung, der Hund suchte ausschließlich in Wiese, was kein Problem ist normalerweise. Nur der Hundeführer sieht nicht so richtig, ob der Hund auch wirklich jeden Tritt absucht. Komisch war zusätzlich, dass ich fast kein Schnüffelgeräusch vom Hund hörte und schon Bedenken hatte, ob vielleicht die Atemorgane nicht ganz in Ordnung sind. Dann legte ich selbst eine Pferde. Ich achtete darauf, dass die Tritte genau hintereinander waren, sehr, sehr feste in die Wiese getreten waren und das Leckerli, dieses Mal ein braunes Leckerli, immer gut erreichbar mitten im Tritt lag. Wir ließen die Pferde nur 15 Minuten lang liegen und dann suchte die Hundeführerin mit ihrem Hund. Schon schnell stellte sich ein verändertes Suchverhalten ein. Der Hund hielt die Nase wesentlich öfter unten und er nahm fast alle Leckerli. Auffällig war, dass der Hund nun vermehrt schnüffelte. Man vernahm deutlich das Schnüffelgeräusch. Vermutlich hatte der Hund von Anfang an gelernt, den Käse nur mit den Augen zu suchen. Und sobald er die Pferde nicht mehr sah oder auch die Leckerli nicht mehr sah, nahm er diese nicht mehr auf und fand die Pferde nicht mehr und war verunsichert. Für diesen Hund ist es wichtig, dass die Leckerli dunkel sind, dass er sie nur durch die Schnüffelatmung riechen kann und dass die Schritte direkt hintereinander sind. Dann wird er ein stabiles Suchverhalten erlernen. Dieser Darmatiner hatte schon ein schönes Suchverhalten gezeigt, aber dann kam diese Pferde. Er nahm die Leckerli im Suchfeld intensiv auf, immer mehr und immer mehr. Aber immer wenn er auf die Pferde wollte, drehte er um und zeigte kein richtiges Suchverhalten. Als er die Pferde dann annahm, überrannte er die Leckerli und nahm sie nicht auf. Unerklärlich zu diesem Zeitpunkt. Es stellte sich dann aber heraus, dass bei dieser Pferde die Hundeführerin andere Leckerli als die bisher verwendeten genommen hatte. Also die nächste Pferde machte sie wieder mit den alten, bewährten Leckerli und siehe da, der Hund zeigte wieder sein schönes Suchverhalten. Es ist für mich immer wieder verblüffend zu sehen, welchen großen Einfluss die Leckerli haben. Die richtigen Leckerli, an der richtigen Stelle und in der richtigen Häufigkeit. Für den Hund am besten nicht vorhersehbar, wann Leckerli kommen. Am Anfang in jedem Tritt, später dann etwas weniger. Für Mönchenhund sind nämlich etwas weniger Leckerli auch sinnvoll, so wie bei diesem Schäferhund. Es sind inzwischen die richtigen Leckerli. Er nimmt also jedes auf, aber die Leckerli hindern ihn an einem konstant flüssigen Suchverhalten. Die Hundeführerin hat daraufhin etwas weniger Leckerli auf die Pferde gelegt. Man sieht aber schon bei dieser Pferde, dass der Hund dazu neigt, etwas das Tempo zu erhöhen. Hier ist dann die Hundeführerin gefragt, ihn leicht einzubremsen, nicht zu stark, denn sonst provoziert sie den Widerstand des Hundes. Also immer wieder im Wechsel leicht blockieren und dann auch wieder loslassen. Das war es wieder für dieses Mal. Schreibt mir wie immer, wenn euch was gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt natürlich auch den Like oder auch den Dislike-Button anklicken. Viel Spaß beim Training mit euren Hunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.